Nummer 77, Dialypsa. Ein Schimmelstutfohlen geboren am 29. April von Diacontinus Stalypso Pilot. Aus der Zucht und im Besitz von Oliver Jens aus Lilienthal. Die Halbschwester der Mutter Showtime stellte Kalumna G. von Coronas 1,35 erfolgreich mit Clemens Gockeln. San Clemente von Stalypso 1,35 erfolgreich ebenfalls mit Clemens Gockeln. Großmutter-Staatsprämie Stute Pilotin stellte Landino G. von Lanza 3 1,60 erfolgreich mit Clemens Gockeln. Aus der dritten Generation Lalluna G. von Lanza 3, international 1,40 erfolgreich mit Katrin Eckermann. Imperial G. von Izmidi Mesnil 1,40 erfolgreich mit Tobias Gockeln. Aus dem Mutterstamm Franco von Flushings Prinz 1,45 erfolgreich mit Tanja Spreehe. Deutsche Meisterschaft Junioren springen und Europameisterschaft springen im Jahre 2004. Aus dem Mutterstamm Bis zum nächsten Mal.